nein 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 in richtung security während ex und lud die in der richtung sind aber sie hätten die leiche locker sehen können weil ich bin nur darüber ganz weiß gleiche gesehen habe nur ich habe die nicht gesehen ich mein nächstes ziel weil ich das schaffel wo ich noch also es gibt tatsächlich eine leiche also das haben dennis und ich jetzt auch schon ja das war bei elektrische die leiche nicht gesehen ich habe die leiche nicht gesehen ich habe damit beschäftigt wieder mal irgendwie an der wand zu hängen und habe mich wieder innerlich aufgeregt also das könnte wirklich so sein weil sie war relativ nah an der war ich habe gewöhnen also ich erstmal aber ich habe mich aber auch das gibt ich habe gewöhnen gewohnt aber eigentlich nicht mit dex ist bekannt verwendet wo man dann auch in dem wort hier wo man bin ich dann einfach in dem in dem uhr und dann muss das wo sein einfach mal raus let's go let's go Auf Demokrasie, also. Bums! Mh! Ach, ne, herrlich. Okay, ein bisschen rein. Oh, ich vergesse immer, dass ich da einen Knopf drücken muss. Drei, zwei. Ist auch nicht toll. Hi, Dennis. Du Arsch! Ja, keiner will Simon machen. Wo liegt's er? Unten, äh, wo... Wollen wir das zu reden, aber unten. Apples? Wollte mal, wollte mal. Ah, in... Ganz unten. Unten, rechts. Ah, unten, rechts. Okay, ich dachte... Unten, rechts, das ist gut. Im... In... 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 Ich war im Laboratorie. Ich... Ich war... Wo man ganz lange Gang laufen muss. Wurde, wo man das... Dann kam ja Schalk, kam nachdem. Schalk kam nachdem, so ein Ding, so ein Ding, ja. Da rote... Ich war ihm entgegen. Genau. okay hatte mich in electrical töten können ich hatte mich erst gewundert warum renten der mir jetzt so wie hat hinterher dann elektricke haben die haben den strom gefixt und ja er hätte mich eigentlich ohne probleme töten können hatte aber nicht ich habe die reagenzgläschen gemacht also ich habe jetzt immer noch zwei leute im verdacht also ganz ehrlich ich bin durch den specimen rumgelaufen weil ich eigentlich muss hier hinterher gelaufen bin ich nicht da durchgelaufen bin wir müssen bauten oder ja also ich habe so lustige wort ich mache sonst wenn du wenn du nämlich lucy hinterher gelaufen ist hätte er als erstes die leiche reporten müssen nee das war das war so ich bin ich bin die kontamination aber als ich durch specimen rum durch bin lag da noch keine leiche ich habe das jetzt erst gezeigt dass ja ich überlege gerade der text war bei den reagenzgläsern nicht dass er wirklich ein self report gemacht hat und ich habe gerade den falschen gebaut ich habe das mal überhört okay ich habe da rein ich habe das mal ich habe das mal ich habe das mal ich habe aber mit lucy also recht ich wusste ja ja aber links der erste eigentlich darauf kommen dass ich es gewesen bin ich bin ja tatsächlich kann ich ihm ja die kontakt hat um cera weil cera reported hatte vor allem vor allem cera ist mir noch nicht gesagt dass das jetzt noch blut rache ist fischwurst blutwurst aber ich will kein imposter mehr sein sagt das im spiel mal ich glaube ich an deinen namen weil du es kannst war es schon sie mal hintereinander marien ist imposter ich predict mich nicht noch mal in den haufen ich muss die galaksie finden laboratory dort wo man den teleskop hat kann mir kurz einer sagen ob jemand dennis gesehen hat zuletzt am anfang wo er gerade in richtung gegangen ich hatte da vorne gleich diese kräfte punkte anklicken und auch irgendwer bei diamantin aber ich war bei ihm die wesen wir waren aber bei den dekontamination hier warm ich war nicht da ich weiß nicht und ich war bei den vier enden so es geht gerade um hotspot und profit ja also wir beide waren jetzt also seid ihr zweis warum doch weil ins beste man drum kommt man nur wenn man entweder von laboratory und admin wenn ihr aber in laboratory gegangen gegangen seid ist man nicht so dumm und rennt runter zur admin ihr seid es ihr habt nirg und dennis gekillt und sagen die kontaktion zwischen laboratory und beste mit ist dekontaminierung dieses dieses einer raum und dann seid ihr und das beste mit rum und nur zum sagen wer sind die hauptverdächtigen profit und hotpot einfach spaß martin verteidigte gedicht doch aber das war halt dumm als ich gedacht habt ihr seid im specimen room nein wir haben die kontamination ja dann habt ihr die zwei getötet und seitdem zu die kontamination wir stand mit kai da drin als der alarm losging kam kein da oben gesehen welcher alarm da war keiner der report eben von wir können wir sagen dass er wollte die zwei sind ja natürlich übrigens wundert euch nicht ich habe euch alle eine freundschaftsfrage auf das wort geschickt also vielen dank aus dem jenseits bitte immer doch wieder aus mir also was sagt ja ihr seid so dumm ihr seid so dumm du bist dumm wir sind alle wenn die ruse stirbt dann ist es blau also teils doch nicht ist es stimmt okay okay Oh, okay, 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 okay. noch einmal wird jedes mal wenn ich diesen fachchen beziehen kann ist der auffülle es sind die zwei in dekontamination seit und ihr nicht sagen konntet wer noch dabei war dann verstehe ich nicht warum warum ihr nils nicht gesehen habt erklärt mir das erst mal weil wir zu dem zeitpunkt wo nils vielleicht gestorben ist gerade schon drunter waren und da kennt aber jemand dann müsstet ihr aber noch jemanden vorher gesehen haben wenn ihr dort das gehabt außerdem hätte ich gerade dex lockert ja du hast aber kill cool darüber nachgedacht das ist nicht so lang ist dass ich ihn jetzt vor dem meeting töten können trotzdem das so lange war das jetzt nicht her als ich das gestartet habe so lange ist das nicht her ich bin es nicht ihr könnt mir vertrauen das ergibt keinen sinn die kann man niemand vertrauen steven das weiß ich ich bin es nicht ja dexter vertraue ich auch ich vertraue allen bis auf martin und kai ich war bisher noch keine runde bei euch mich jetzt gerade ich auch nicht vor dem hieping habe ich nicht dran ich war vor zweimal in rome imposter also ich bin ich nicht imposter tschüss martin man sieht sich spaß die bei den ermittlerin zu ich bin ich nicht mehr auf der rome mein hund und voll das arschloch der ist vorhin reingekommen tricks hier hat geschlafen ich weiß nicht ob du schläft äh ne ich glaub nicht warte das kriegen wir hin liegt so halb vor der tür ex kann sich nicht dumm weise über handy macht muss mit meiner morgen reden es tut mir leid was zu essen geben ruf mal ein ansonsten muss ich nach reise fahren ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe nämlich nichts mehr zu trinken, danke. Was? Wo? Interesting. In dem Raum, also in dem Flur, wo man von Office rüber gehen kann, also unterhalb von Office. Also ich weiß, dass Sarah und ich waren gerade in dem, wie heißt es, in dem Computerraum da. Communications. Genau. Also, wir sind safe. Ich befinde mich gerade neben dem Elektro-Pfeiler, neben Wetter. Wenn ich sie will, dann hätte ich sie nicht kümmern können, aber ich bin es ja nicht. Stimmt. Ich habe euch beide, also euch beide habe ich gesehen, dass ihr hier das bei der Koffensabotage gemacht habt. Und nachher ging ich direkt zu Communications. Genau. Dass dann Sarah mir hinter noch hineinkam. Ja, genau. Genau. Ich hätte einen Locker kriegen können, ich hätte einen Locker kriegen können. Stimmt. Ich habe es sogar noch erwartet. Ich dachte so, Alter, ich bin so tot. Ich bin so tot. Nee, du bleibst unten. Ich habe diese U2-Flaschen aufgefüllt. Und dann habe ich das zu essen bekommen. Ähm. Ich bin zu dumm, Saftpäckchen aufzumachen mit einem Strohhalm. Was? Was? Was ist so eine fucking Karpuzonne, die explodiert, wenn man es einstift? Eins vor drei. Und zwei sind es. Also sind drei nicht ein Poster und zwei sind ein Poster. Ja. Also vielleicht war Martin auch im Poster, wir wissen es nicht. Vielleicht ist nur noch einer, das kann auch sein. Achso. Das ist ja... Also vielleicht müssten wir jetzt voten, ich bin mir aber nicht sicher. Wen verdächtigen wir? Aktuell. Ich bin über mir. Also aus meiner Sicht sieht es so aus. Ach. Sarah und ich sind safe. Duftest tot brennen. Weil wir waren erstens die ganze Zeit einen Paust machen, das haben wir auch gesehen. Wer ist denn ich? Wer ist denn ich? Weil... Ich bin Lucy. Genau. Also wir zwei sind safe. Das weiß ich. Ich nehme den über mir. Ähm. Decks habe ich kaum gesehen. Sprich, es könnte sein, könnte nicht sein. Und die anderen zwei habe ich so oder so. Keine Ahnung. Macht Sinn irgendwie. Aber da ist ja noch was. Okay. Oh. Das ist wirklich... Ich kann auch noch... Oh man... Das ist ein Kopf zerbrechen. Ich hätte da noch zustellen. Ich wurde von dir getötet. Ich wurde von dir getötet. Ich bin schon. Wenn wir jetzt gut durchkommen... Die Zeit... Komm jetzt macht eure Arbeit gut. Ich würde sagen... Da geht den Keks von mir. Nö. Das ist wirklich... rausgeflogen. Kai ist geflogen. Kai? Bist du rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen. Aber ganz ehrlich, das hätte ich noch rocken können. Das ist das so. Ich sicher... Ich bin selbst oder da. Ich fahre in einen Moment nicht. Ihr hättet gut daran denken... Wie die ganze Zeit den Verdacht gehabt. Also... Ich habe es vergessen. Ich bin gleich noch da. Ich bin eigentlich da. Nenn meine Kunden zum Bahnhof. Alles klar. Alles klar. Ich lasse mein Handy zuhause. Okay. Und so weiter zu dem Thema, Marlin. Du warst es nicht. Ja, ich sag's auch. Du kannst deine... Teufel-Taktechnik. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ja getötet. Ich hab mich. Vielen Dank.